Ja, pass ich mir das drauf auf. Mein Gott, boi. Ja, die boi. Wirklich, Jungs und Mädels. Und alle anderen, die meine Videos gucken. Ich weiß nicht wieso, aber ich bin aufgeregt, Digga. Das ist einfach so, wie es ist. So. Alter, es ist so verfickt schönes Wetter. Und ich bin wirklich gespannt, wie viele Leute kommen. Wirklich. Ob ich jetzt da der Einzige bin. Wir haben jetzt schon 16 Uhr. Mal gucken, ob da schon jemand ist. Oh nein, da kommt der Erste. Halt die Fresse. Nein. Halt die Fresse. Da kommen schon die Ersten, Digga. Oh mein Gott, das ist der Bre mit der Booster. Oh mein Gott, Junge. Oh mein Gott, wie viele sind da? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Halt die Fresse. Nein. Digga, wie viele sind da? Bruder. Ach du Scheiße, Jungs. Einmal 80 Leute. Ah, mir Neid geben, Junge. Bruder. Alter, ich dachte, es kommen so 5 Leute oder so. Weil, egal. Halbe Rasselbande hier. Geisteskrank. Wie bitte? Das ist der mit der Booster. Was geht? Was geht? Alles klar bei dir? Moin Meister. Digga, jetzt kommt der mit der Booster, Digga. Die fährt 150, ne? 150? Ja, was geht? Alles fit? Ey Bruder, was ist das für ein Gerät? Digga. Hat der links... Wo der links Gas? Hä? Warte, hat der links Gas? Oh, mein Neiki, Junge. Der Bruder ist so illegal unterwegs. Was geht? Alles fit? Was geht ab? Was geht? Was geht? Ach du Scheiße, ich weiß nicht mehr. Bruder, es geht alles fit. Das ist so asozial, ne? Alter. Junge, Bruder, was geht hier ab? Ach du Scheiße, Digga. Was geht ab? Der ist doch fast legal, der Roller. Ja, Digga. Hä? Was ist das? Wie viel Kubik hat er sich? 70. Scheiße, die was ist das, Digga. Guck mal, das ist irgendwie gerettet. Ah, ja, Tim. Tim, guck. Oh, Junge, kurz, kurz, er zu facken soll. Wenn der Kollege kommt, da hinten ist der Zylinder gefasst. Was, der losgeplatzt? Nein. Kommt der jetzt zu Fuß? Mh. Oder einfach 80 Leute hier. Was? Was? 70. 170. 170. Was für ein Zylinder ansehen? 70er, ein paar Meter. Äh, Meter. Probe. Nee, Junge. Wo kommt der Junge? Da hinten irgendwo, keine Ahnung. Der mit der, mit seiner Chaya hinten drauf. Und dann platziert der Kolb, Digga. Oh, nee. Der ist der Hammer. Ja. Also nur so als kurze Info, ne. Ich hab gar nichts geplant, ne. Also wir fahren jetzt einfach irgendwo hin. Heimatzeit. Heimatzeit. Heimatzeit in die nächsten Polen. Mein Bruder, das ist behindert. Wie kommt der jetzt nach Hause? Wie kommt der nach Hause? Wie kommt der nach Hause? Und dann ist gerissen oder was? Scheiße. Ist hier irgendjemand mit einem 30er Roller? Ja. Okay, gut. Sehr gut. Das schmeckt auf jeden Fall. Das berührende, dieses Roller kann schlagartig Zahnausfall verursachen. Besser, Mann, Junge. Oh mein Gott, ich gucke, halt die Presse. Die Bullen, halt die Presse. Kann dir in der Wünsche... Ja, weil die illegal sind, können wir kurz warten, oder? Ja, ja. Fällt. Da ist der Fall. Scheiße, was machst du jetzt? Bruder, die sind weg, ne? Guckt gleich in die Insta-Story. Wir treffen uns irgendwo. Wir treffen uns irgendwo. Easy. Warte mal. Die fahren weg. Wtf. Ja, die sind weg. Stopp, stopp. Chill, chill, chill. Wir fahren nach Heimatzeit. Wir fahren nach Heimatzeit. Wir fahren nach Heimatzeit. Stell weg hier. Junge. Bruder, okay. Wir wollen jetzt nicht locker gefickt werden. Die rennen schon alle. Es wird so ab, ihr Fuckpänger. Ey, ey, wir fahren nach Heimatzeit. Wir fahren nach Heimatzeit. Ja, wir fahren jetzt alle zusammen nach Heimatzeit. Ja, wir fahren weg von hier. Wir haben hinten zwei Schwinge gefunden. Wir fahren da lang. Wer ist denn hier alles absolut illegal? Warte, ich fahr mal kurz rüber. Sind die? Die sind übers Feld nach da hinten gefahren. Wir fahren jetzt nach Heimatzeit. Ja, komm, wir müssen weg. Wir fahren jetzt nach Heimatzeit. Wo ist der Roller? Der hat ihn da hinten hingekommen. Ich weiß nicht. Der kostet 6k, Bruder. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Was ist der Roller? Ich weiß nicht. Wir fahren jetzt. Ich weiß nicht. Abfahrt, Jungs. Bruder, was geht hier ab? Der Bruder ist mit seiner Chaya gekommen auf dem Busse, er wird einfach Fresser, F für ihn, Alter. Wo ist Fabi? Fabi war direkt weg, Junge. Fabi war sofort über alle Berge. Bruder, hast du gesehen, Digga, seid ihr direkt weg? Bruder, aber die geht auch ab und Fabi ist ein Schädig. Wir würden jetzt nach Heimathalem fahren. Das ist ja Richtung Euskirchen. Wie kriegen wir das hin mit dem Gast? Kriegen wir das irgendwie hin? Ganz in den Schritten? Bruder, was geht hier ab? Bruder, ich hab keine Ahnung. Bruder, ich hab keine Ahnung. Wie viele hier sind, Digga, oder? Ist der auch illegal? Der fährt ungefähr 75. Aber du hast keinen Führerschein, ne? Ja? Du hast keinen Führerschein, ne? Jetzt geht noch einer tanken. Ja, ja, easy. Bei Gott, Junge. Was zum Fick geht hier ab, Alter? Digga, der... Sind alle da? Ist da nicht noch einer? Einfach Shisha-Ball. Scheiß Geschmack. Ehre, Bruder, komm wieder zurück. Okay, Jungs, wir müssen los! Okay, Jungs, wir müssen los! Bruder, wie viele sind wir? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Und Bennett noch mit seinem China-Scheiß-Auto da. Okay! Wir müssen mal hier warten, Digga. Ja, ich will, Alter. Guck mal, was wir für eine Schlange hier gebildet haben. Ey, ey, wir müssen uns am langsamst loweringieren, Digga. Ich weiß, deswegen ja. Du fährst jetzt vor. Ich? Nein, nein, nein. Du fährst vorne. Aber ich muss Videofilmen. Deswegen, dann sieht man ja keinen. Ja, okay, dann fahr ich ganz vorne. Du fährst ganz hinten. Und wir fahren so, dass jeder hinterher kommt. Ja, wie viel... Und wir warten jetzt auf der High-Entry. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob der noch kommt. Ja. Wo ist der denn? Wir waren eben noch bei, ähm, Meckes. Ja. 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 Bruder, wie viel Öl hat der da rein getan, Alter? Ja. 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 Schuhschnecke, wie geht's? Sollen die Roller alle so nebeneinander für ein Foto machen? Safe. Safe, safe, safe. Hey, komm. Wir stellen alle Bikes nebeneinander. Mach ein Foto. Ja. Chillen mit den Jungs. Besser, Mann, Digga. Ehrenbruder Bennet. Wie viele sind hier? 125er. Eins, zwei, drei. Alter, das ist schon echt pfeil, Digga. Hätte ich nicht gedacht, ja. Schon viele gucken. Das ist echt krass. Ich dachte vielleicht fünf Leute oder so. Ja, ich dachte auch, Digga. So fünf Rollerfahrer. Das war's auch nicht gut. Aber das ist echt... Hier fahrt alle. Jeder, der illegale fährt. Ja, ja. Also alle. Ja, alle. Ja, wie hier. Ja, wie hier. Denkensierter der wirklich fünf... Ach, krank, Digga. Ich stelle mal vor einem halben Jahr. Ein großer Reichweite. Gut. Gott. Und da wird ein paar mehr 125ern. Ja. Und im Sommer werden ja noch safe und noch mehr Leute kommen. Wenn man das vorher ankommt, das ist ja voll spontan gewesen jetzt. So, und jetzt sind wir schon zehn Leute oder so. Alter, wie geil. Ich würde sagen, einer muss seinen Hinterreifen opfern, oder? Das ist so brutal, oder? Einer auf jeden Fall. Einer muss seinen Hinterreifen opfern. Wer aufhört seinen Hinterreifen? Jungs, wer meldet sich freiwillig seinen Hinterreifen zu opfern? Ich kann's, aber ich kann's nicht tun. Du kannst, aber du kannst nicht's tun? Ich kann's machen. Ich hab so viel Leistung, aber... Ach so. Wer opfert seinen Hinterreifen? Wer opfert seinen Hinterreifen? Deiner sieht nicht mehr so gut aus. Komm. Wer bietet mehr? Alter Bruder! Dieser Duftfilter. Oha! Oha! Ohohohoho! Tschüss! Hä? Ich denke aber, ob sie so langsam... Bruder! Ist das ein Ori? Ja! 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 Ach so! What the fuck! Ich hab mich schon gewundert! Nein, das ist Lomi! Ich hab Polini-Pitz. Weißt du wie? Blau-Kweiler ist noch im 70er. Ich hab fast Roller geschrottet gerade. Meiner Roller gefickt. Pass auf! Der springt Mascha zurück. Musst du auf. Ja, ja, ja. Bruder! Sehr Krise! Oh mein Gott, Digga! Also jetzt brauchst du einen neuen Reifen. Also jetzt die ganze Reifen. Aber geil. Du musst das tun. Du weck. Bis zum nächsten Mal.